und damit herzlich willkommen zu diesem neuen video hier auf meinem kanal ich bin's fast raus und heute wieder mit am start und heute zuschauer ebenfalls herzlich willkommen zu einem neuen video von der bergung sie sind wieder zurück was wir jetzt wissen wir laufen nicht mehr in die gleiche tür ja man sieht diesen typen auch nur wenn der sie direkt vor einer einer vor die fresse läuft innen weil man sieht auch wieder null ich bin stark ja Ich hätte einfach nochmal F drücken müssen. Ist er weg? Ja. Ich bin hier. Aha. Komm raus. Hier ist nochmal ein Gang nach unten. Bist du tot? Ja. Aber das ist auch so unfair. Okay, er läuft weg. Oh mein Gott. Wo muss ich jetzt hin überhaupt? Ja, dort wieder nach unten. Dort ist noch ein Gang runter. Wir müssen, glaube ich, nach unten. Aber das war auch so unfair. Aber man sieht den nicht und plötzlich taucht er vor einem auf. Okay, siehst du da den Gang nach unten? Aber mach mit Taschenlampe, Mann. Ich habe Taschenlampe an. Ach so, ja, das sehe ich nicht. Ah, jetzt sehe ich. Ja, lauf runter. Äh, ich sehe nichts. Warte mal, ich werde betrinkt den... Ich weiß auch nicht, ob das so eine unendliche Sache ist. Ich schaue schnell, was man... Ich weiß auch nicht, gerade nicht in welchem Level wir sind. Ich schaue schnell. So, versteck dich mal irgendwo. Okay, geh rein. Drück den Knopf. Die Frage ist, bleibe ich jetzt tot? Ich glaube, beim nächsten Level kommst du auch. Okay, es lädt, es lädt. Oh mein Gott. Hab ich es tatsächlich geschafft? Du hast es geschafft, Mann. Oha. Oh, nee. Ich kenne dieses. Oh, nee. Das ist der Smiler. Stay in the light. Warte kurz, warte kurz. Nein. Nein. Die Teams sitzen. Nein, ich pläsi. Okay. Okay, keine Ahnung, was man hier zu drücken muss. Naja, was auch immer. Bist du hin? Hier, neben dir. Okay. Hier hat es aber ein Exit. Wieso nicht? Nein. Aber wir sind im Hub. Aber das bringt uns ja nichts. Das bringt uns ja nur wieder zurück ins Level Null. Das wir müssen den ganzen Scheiß nochmal machen. Verschiedene Level. Hier ist Level 1. Ist geschlossen. Was ist ein Level? Was ist Level 1 eigentlich? Da waren wir. Hä, nee. Da waren wir ja noch nicht. Okay. Folge mir. Folge mir. Ich glaube, hier geht es weiter. Da muss ich hier wieder in diesen Aufzug. Ich glaube, dann sind wir an einem anderen Ort funktioniert nicht. mit mit hat nur die Tür die anderen sich erlogt nun kann man noch öffnen aber dann müssen wir komplett von vorne anfangen vier ist lokt 37 ist lokt das ist eine Ausgangstür wo ich suche schon mal weiter eine Tür und ich habe jetzt alle Türen probiert alle sind verschlossen ich glaube wir sind ich glaube wir hätten hier nicht sein sollen meinst du wir sind jetzt aus der Matrix raus sozusagen nein aber aber ich habe das gefühl dass wir etwas hätten tun sollen das ist das ist das ist das ist das ist das ist was ich bin am gucken ob ich das Level finde wo wir sie wo wir vorhin drin waren das ist das ist so viele Level ich glaube wir waren in einem ganz komischen Level vorhin ich glaube wir waren in einem ganz komischen Level vorhin der 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 keine Bilder weiter ich weiß nicht was das mit dem Security Terminal hier auf sich hat ich komm ich würde es gerne wissen aber warte 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 ich ich habe vielleicht eine Idee ich kann hier hin ich kann hier ja nicht nichts ein Eintrani steht irgendwas Ich schau mal Es leid es lädt ach so wir müssen zurück wir müssen zurück ich war hier steht geschrieben was ich machen muss wozu er zu diesem er hat dort sie ist beim mädchen warte kurz lass mich ganz kurz einfach mal lesen ja um etwa ihr werdet weit ist auch der passen bei den mädchen part of the code from the city kommen okay ich glaube ich hab's verstanden und damit meine ich ich glaube ist also also you will try to imagine a part of the code from a certain column of the piece of the code on the far right ah yeah okay neck in c l dh plus 2 ld aha take this in neck abj isn't a safe if you know jesus AFLA Ich habe es geöffnet. Kannst du kurz die Taschenlampe anmachen oder so? Okay. Jetzt muss ich aber wieder lesen erstmal. Wo bist du? Hier vorne. Okay. Geh auf die rechte Seite. Können wir erst gucken, ob hier eine Flashlight hat oder so. Was ist das hier? Bleib mal bei mir, dass ich auch was sehe. Warte, hier war etwas auf dem Papier. It hurt you. Okay. Warte, hier sind irgendwo fünf Switches. Warte, schau mal an die Wand. Findest du irgendwo fünf Switches? Ah, hier. Ah. Ach, das ist das Büro des... Ach so, okay. Okay. Ja, ich lass mich machen. Ich weiß, was ich machen muss. Wo ist das? Warte. Entschuldigung. Warte. Entschuldigung von... Von uns glaube ich. Keine Ahnung. Ahja. Da muss ich schon gar nicht mehr. Say level 0. Garage. Lul. Jetzt können wir nur... Jetzt müssen wir wieder zurück zu Level 0, wo wir angefangen haben. Was wollte das Ganze jetzt hier? Ja, wir mussten das aktivieren. Weißt du, warum es nicht funktioniert hat? Weil wir erst den Lift aktivieren mussten, quasi. Wir mussten das alles hier aktivieren. Oh mein Gott. Ja, aber jetzt können wir vielleicht auch hier Level 1, wo wir wagen. Also, wo wir nicht wagen, weil Level 1 sollte, ja. Ne, funktioniert nicht. Da müssen wir doch... Oder doch... Hä, das sieht ja ganz anders aus. Yo. Ey, yo. Yo, 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 yo. Öffne diese scheiß Tür, man. Okay, ren, 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 ren. Ich bin am Rennen, ich bin am Rennen. Ah, kann ich rennen? Ja. Ist ja auch unmöglich, von hier unten bis nach oben zu rennen. Bist du tot? Ja. Ich habe aber keine Flashlight. Weißt du, wie scheiße das ist? Okay. Das war mich hier, Alter. Hätte er dich fast erwischt? Ja, der hätte mich fast erwischt. Kann man hier die Helligkeit etwas hoch tun? Weil es ist hier Gamma. Ich habe keine Taschenlampe, Mann. Aber hier scheint es nicht zu sein. Oh, da warf ich direkt alle. Okay, so managt man das also. Hier ist aber wieder nichts. Aber ich bräuchte eine Taschenlampe, sonst wird das so schwierig. Oh. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Och, nein. Okay, wo sollen wir? Station oder zum Fun? Du sagst. Es ist egal, gehen wir rechts. Rechts ist Fun. Ich brauche keine Taschenlampe. Und sonst braucht es ja auch nicht mehr. ... ... ... Das ist ein normaler Aufmühle. es wird dunkel da kommt etwas auf uns zu aber das glaube ich nur schau mal es ist nur wenn sie du nur im dunkeln können die uns was abhaben jeder kommt jetzt da nähe ok ich glaube wir müssen ich glaube wir müssen zur station in die andere richtung hast du gesehen was für ein riesen ding das war nein das war eine riesen spinne man und ich stand da noch und wollte gar nicht weg denn das ist ja du einen so auf bäde es weiß ja ich dachte auch aber ich dachte du hast ja hast du hast keine wo hast du eine gefunden wo lag die taschenlampe auf dem boden ja ich hab sie hier wo bist du? ah du bist da ja immer noch also witzig war die funseite gar nicht hier ist auch wieder ein dunkler gang aber hier ist kein smile ja ich würde auch sagen dass du deine taschenlampe auf den gang richtest dass ich schauen kann ja ich bin tot der ist schneller als uns alter hast du es gerade noch geschafft ja oh mein gott dachte ich jetzt jetzt wichtig erstes objekte für mich taschenlampe finden ach nein hier sind wieder die pipe dreams hier liegt der brochenes ok ist abgesperrt das war die tür da hinten glaube ich ja wo sind wir denn hier wieder gelandet hier ist was zum öffnen hier ist eine taschenlampe oh gott sei dank da ist noch eine tür ja wenn es in diesem tempo so weiter geht schaffen wir das im nu ich sag nichts mehr dazu oh diggers du musst eigentlich bei netflix immer deine schnauze heben weil du callst es immer das ist so ein ungeschriebenes gesetz wenn wenn redwagon mal was sagt sei es jetzt im game oder im real life ist passiert in neuneinhalb von zehn fällen das ist ja so sein bauchgefühl ist da ganz scheiße oder gut in dem fall wenn man das so sieht jetzt müssen wir umlaufen ganz scheiße umlaufen war diese tür schon auf nein die war noch nicht auf nein die war noch nicht auf nichts gutes wahrscheinlich ja hier drüben waren wir ja dort aber hier noch nicht was was the fuck das 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 muss man nicht es anschauen oder mit der taschenlappe drauf dann wäre es ja nicht auf uns zu gerannt warte ich gehe ich glaube ich glaube es ist ein hau und ist es das das ist nicht du musst dich mal die taschenlampe ausmachen ok doch use flashlight to blind them, shut the door if a hound sees you, be as quick as possible if a hound is near you level 5 depending on how difficult after stunning the hound, 3 times losing it after a chase it will die, aber ich weiß jetzt nicht in welchem level wir sind ja wir sind level 3 und ich muss draufhalten wenn er auf uns zugreifen muss und dann muss er sofort verschwinden, oder wie ist das? so schnell wie möglich, ja wie viele lichter waren da rot am anfang? keine Ahnung Achtung das ist ein Hound 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 gerade weil ich keine idee habe was machen aber hier hat er noch ein paar weitere türen hier ist auch versperrt ich glaube wir müssen zurück nein ich glaube nein ich glaube wir müssen sogar ganz zurück zum anfang wenn wir den noch finden da war ja eine tür versperrt ok pass auf das wasser auf ich glaube das ist elektrisiert das sollst du nicht an ich glaube es hieß man soll in drei mal blenden und dann ist es unter verschwindet das heißt jetzt ist er noch mal da jetzt ist er schon weg also einmal nur ok einer richtet seine seine flashlaut auf ihn ok ist safe zu mir warte kommt zu mir kommt zu mir ich habe ich habe die flashlight drauf ok halte das licht drauf halte das licht drauf hast du das licht nicht drauf gehalten doch was habe ich aber das problem ist wenn er sich umdreht so zu türen ist jetzt zu deiner rechten sie gerade hinter mir er geht jetzt dahin jetzt ist da die tür hinter dir hinter dir hinter dir ok ok geh in die knie geh in die knie da nach unten ich glaube da musst du hin was ist hier nur ein raum ok gar nichts ok schade ah ja nötig oder ich kann dich ich kann es unter den dritten von der mining dort ist ein Pfeil, dort musst du glaube ich in die Knie nach unten die Türen auf der anderen Seite die ich gesehen habe oder? Ja, aber du bist ja jetzt in einem anderen Teil des Levels Nicht ganz Ach, wie läuft das? Oh mein Gott Du musst die Farben miteinander matchen, das Rot bei Rot zeigt Verstehst du das Puzzle? Ja, ich verstehe es, aber ich muss jetzt... Also... So, nein, nein Rot Kannst du die auch rausnehmen? Nein, nein, die musst du drehen Ja, ich sehe es Gar nicht mehr so weiter Also blau ist hier, jedes blau Rot Hm Ach jetzt Ok Und wenn ihr... Also es geht jetzt an meine Zuschauer Wenn ihr wissen wollt Wie es aus seiner Sicht ist Er lädt gleichzeitig... Also gleichzeitig er lädt Seine Sicht des Gameplays bei sich auf dem Kanal hoch Genau Ja Und umgekehrt natürlich auch Also bei den Zuschauern vom Red Dragon Wenn ihr sehen wollt, wie es bei mir aussieht Könnt ihr bei mir vorbeischauen Kanäle sind verlinkt Pass auf Pass auf, dass du den nicht hier in den Strom reinrällst Ja, das habe ich gesehen, aber... Ich würde sich hier alles zurücklaufen Ja, das ist ja noch eine zweite Tür Ah nee, die hast du ja schon Gehen wir auf die andere Seite Die Tür ist zu Müsste theoretisch zurücklaufen Ja, da Da, 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 da Nein, 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 da Jetzt lauf da entlang Links Ah nee, da waren wir ja grad Hier waren wir grad Ja, da musst du zurück Ist er da... Hallo Nein, er ist weg Hier warten, da gegenüber ist ja noch ein Ein so ne... also ein Schauplatz Ich hab auch ein bisschen Okay, dann müssen wir die Türen abchecken Nix Mach aber bitte mit Flashlight Ich hab Flashlight an Achso, ich sehe das nicht Du schaust einfach hinter mir Willst du nicht besser die Tür zu machen? Ja, schon dran Ah nochmal so ein Scheißdrehpuzzle, Alter Was ist das? Ich schau währenddessen was du auf Level 3 eigentlich alles machen musst Ich schau währenddessen was du auf Level 3 eigentlich alles machen musst Ah, entschuldige Ich hab noch mal drauf Aber wir sind erst im Level... Wir sind erst im... Wir sind erst im... Oh, ich bin nicht verstanden Ich bin nicht verstanden Ich bin nicht verstanden Direkt hinterm Tür links Ok, dann gehe ich jetzt nicht mehr rein. Ich werde schmuck hier. Ich werde schmuck hier. Meine Taschenabt aus gegangen. Okay, du musst noch ein so ein Puzzle finden. Ich seh nix. Ich glaub, meine Taschenlampe ist ausgegangen. Ja, dann musst du wieder anmachen. Kann ich nicht. Okay, scheiße. Fuck. Ich seh rein gar nix. Hinter dir ist so ein Krautschteil zum Bücken. Ja. Muss ich jetzt links? Ja. Ist etwas rechts oder links? Nicht, dass ich wüsste, nein. Nein, ist safe. Aber hier waren wir schon. Du musst noch ein Puzzle finden. Und dann musst du komplett zurück. Ich seh gar nix. Wenn jetzt das Teil kommt, tut mir leid. Ich seh das. Ja, ich wusste es. Das ist weg. Ich glaub schon. Das gestaltet sich jetzt wirklich schwierig. Äh, Grafiken kann ich hier irgendwo etwas hochstellen. Achtung, 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 Achtung. Du stehst genau vor so einem Hound. Ja, jetzt hab ich's gesehen. Ich hab die Gama ein bisschen hochgestellt. Also ein bisschen. Ziemlich hoch. Ich hab die Gama ein bisschen hochgestellt. Ich hab die Gama ein bisschen hochgedacht. Ich hab die Gama. Ich hab die Gama. Ich hab die Gama. die im kopf aber gehen Ok, das Level ist machbar, wenn man eine Taschenlampe hinterholt. Mhm. Das Problem ist, ich hab' jetzt in die weggetrieben. Ich hab' mit die Tür. Ne, wenn ich mich jetzt umdrehe. Da hinten ist gar nichts mehr. Da hinten ist gar nichts mehr. Wir müssen noch, ich glaube, entweder noch einen Hosen finden und dann sind wir noch im dritten Teil. Aber das ist alles ein Problem. Das ist blöd. Ok. Nicht, dass ich wüsste, na, doch. Hier warst du noch nicht, oder? Hier warst du noch nicht, oder? Hier ist auch wieder nichts. Vielleicht musst du trotzdem nochmal in dieses Teil mit dem Pfeil. Haben wir vielleicht doch da etwas übersehen. Das, die Tür war ja zu. Aber hier war ja. Aber hier war ja. Das war ja. »Tür geht auch zu.« »Das ist wieder, wenn Sie auf gewesen sind.« »Sie sieht gut aus, der Tür hoch zu, die Tür vorne ist auch zu.« Hm. Ich glaube, das ist ein Schwereser. Das ist ein Schwereser. Das war mir. Das war mir auch drin. Das war mir auch drin. Ich hab keine Idee, was wir machen müssen. Ja, das ist ein Schwereser. Ich hab keine Idee, was wir machen müssen. Ich auch nicht. Ich bin genug, komme nur bei diesen Blöden. Ich glaube, da musst du lang, wo dieser Hound ist, in diesem Gang. Dort waren wir noch nicht. Das ist genau das gleiche wie hier. Dann komme ich hier. Schau. Das ist genau der Gang, wo ich jetzt gerade war, wo der Hound war. Siehst du? Ich würde sagen, dass wir den Park beenden und nächstes Mal hier weitermachen. Ich würde sagen, ja. Weil man kann ja speichern, soweit ich weiß. Oder muss ich zurück, wenn man da hinten etwas Neues reingeschaut hat. Nein, ich würde sagen, dass wir das Video hier beenden und dass wir einfach im nächsten Fall weiterschauen, wie das funktioniert und diesen Level beenden. Und dann würde ich auch sagen, wenn das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir wieder in den Backroom sind. Bis zum nächsten Mal und ciao.